Hogwarts Legacy 2 kommt, hierüber berichtete ich bereits. Und um die lange Wartezeit zu überbrücken und wahrscheinlich auch durch das Scheitern von Suicide Squad als Live-Service-Game, bekommen wir vielleicht schon im Jahr 2025 neue Inhalte geliefert. Und zwar in Form eines DLC bzw. einer erweiterten Version des Spiels, nämlich der Definitive Edition von Hogwarts Legacy. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Informationsvideo. Lange war nicht völlig klar, ob es eine Erweiterung von Hogwarts Legacy geben wird. Nun sind wir etwas schlauer, was das angeht. Hogwarts Legacy wird eine Definitive Edition bekommen. Für Besitzer bisheriger Versionen muggelt man von einem Upgrade-Preis zwischen 20 und 30 US-Dollar. Gehen wir mal davon aus, der Euro-Preis könnte sich bei 20 Euro plus einpendeln. Bisher inoffiziell ist von neuen Inhalten im Umfang von 10 bis 15 Spielstunden die Rede. Diese sollen sich auf eine Story-Mission, verschiedene Nebenmissionen, neue Aktivitäten und neue Outfits für den Charakter verteilen. Und hier sind wir dann auch gleich beim Wermutstropfen in der Definitive Edition im Vergleich zu einem vollwertigen bzw. erweiterten DLC. Eine angereicherte Version ist eben nur eine Verbesserung des bisherigen Spielerlebnis mit partiellen Erweiterungen, die die eine oder andere Richtung gehen können. Und ja, dies wird auch durch die bisherige Anzahl von veranschlagten Story-Missionen, ich gehe von der Hauptgeschichte aus, deutlich. Nämlich genau eine einzige. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob ein neuer Spieldurchlauf erforderlich ist bzw. ob sich die Inhalte noch lohnen, wenn man das Spiel bereits durchgespielt hat. Am Ende wird zu prüfen sein, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ausschaut. Wobei ich denke, für Hardcore-Fans wird sich die Frage sicherlich nicht stellen, ob sich ein Griff zur Definitive Edition lohnt. Schöner hätte ich eine gegebenenfalls zusätzliche echte Erweiterung gefunden. Genug Raum für Geschichten würde das Setting jedenfalls bieten. Auch für eine vielleicht kleinere Hauptgeschichte. Freilich können die geplanten Nebenmissionen auch interessant sein und natürlich bin ich gespannt auf die neuen Aktivitäten. Quidditch wird voraussichtlich jedenfalls nicht dabei sein. Hier erschien ja ein eigenständiges Spiel. Wobei, man weiß ja nie. Was ich persönlich nicht gebrauchen kann, sind zusätzliche Beschäftigungstherapien wie zum Beispiel 412 zusätzliche Rätsel von Merlin oder ähnliche Dinge. Jetzt muss ich mir nur noch selber die Frage beantworten, ob ich Hogwarts Legacy vor dem Erscheinen der Definitive Edition zu Ende spiele oder nicht. Fragen über Fragen. Apropos Fragen. Was erwartet ihr von der Definitive Edition von Hogwarts Legacy und was würde euch besonders gut gefallen? Ich bin gespannt auf eure Ideen und hoffe, wir sehen und hören uns in dem einen oder anderen Video auf meinem Kanal wieder. Ja und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.